Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und weiter geht's mit meinem Display von Sintuition. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach Telefonaufzeichnungen, da wir sonst in dem Bereich hier nicht mehr wirklich was haben. Aber wir wollen das Zeug ja nicht liegen lassen. Hier drüber. Ich muss mal versuchen, ob ich von hier doch hinkomme. Bestimmt. Nein! Da laufen wir natürlich nochmal hin. Einfach nicht so, weil wir es können, verdammt. Habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Voll am träumen. Und weil's so schön ist, nochmal den Weg. Aber Ausdauer scheinen wir hier echt zu haben. Ohne Ende. Wir können immer sprinten. So, gehen wir nochmal hier rein. Oder kommen wir jetzt hier von der anderen Seite. Ohnein bitte. Ich will da rein. Ich will da rein. über. Meeh, hier ist ganz klar. Yeah. Tut's auch. Warum mach' ich die Dinger überhaupt noch auf? Ich kann's eh nicht mitnehmen. DETECTE VELENSKY 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 So, soo... DETECTE VELENSKY 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 DETECTE DETECTE VELENSKY 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 DETECTE VELENSKY